Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer neuen Folge of Housezone. Wir spielen heute mal wieder ein neues Deck, das ich so gesucht habe und gefunden habe. Und zwar habe ich mir gedacht, ich habe ja letztens einen Totem Schamane gebaut. War es auch im Standard? Ich weiß es gar nicht mehr gerade. Auf jeden Fall habe ich mir so gedacht, hey, gucken wir doch einfach mal, ob es nicht nochmal so einen Totem Schamane gibt, der auch wirklich funktionieren kann und der auch wirklich gut funktioniert. Der halt nicht so controllige Elemente drin hat, sondern eher so ein bisschen diese Evolve-Thematik, die halt gerade so unterwegs ist, aufnimmt. Und da ist sogar einer gerade relativ gut geradet hier auch bei Halfporn, was ich sehr, sehr interessant finde. Und zwar ist es der hier. Der spielt eigentlich nur Totemsachen, also größtenteils zumindest nur Totemsachen und dann halt die Evolution-Devolution-Sachen. Wie zum Beispiel hier ja natürlich Evolve-Devolve, den Doppelgangster und Master of Evolutions, einfach um den Einzelnen zu evolutionieren, wenn ich das mal so sagen kann. Und ansonsten haben wir hier halt so verschiedene Sachen wie Totemic Might einmal, hier Primal Fusion, natürlich diese ganzen Standard-Totems, die da drin sind. Und nicht zu vergessen eine Karte, die man schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen hat und zwar ist es Farsight. Es ist eine sehr, sehr interessante Karte, einfach weil es ist halt einfach ein Card-Draw für drei Mana und die Karte kostet dann so viel weniger, wie die Karte an Mana gekostet, also drei. Was ich sehr, sehr interessant finde, weil jetzt stellt euch mal vor, man haut es raus, dieses hier Farsight auf Turn 3, hat aber das Board schon voll mit Totems. Oder sagen wir auf Turn 6 spielt man das raus, hat das Board voll Totems, zieht ein Blattlast raus, haut das Blattlast raus, Gegner tot. Gut, also so könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen und wir wollen das Ganze einfach jetzt mal probieren. Es ist ja jetzt gerade nicht so der Fall, dass wir hier irgendwie um die Sterne kämpfen müssen oder sowas. Wir testen das einfach mal, wir haben ja hier noch Zeit, es ist ja gerade mal erst das 27. Da kann man schon mal easy going in einem Arm dann kurz hoch rushen von, selbst wenn wir Runde droppen würden, auf Rang 13, von Rang 13 auf Rang 10. Das ist schon in Ordnung, denke ich auf jeden Fall. So, dann schauen wir doch einfach mal. Die einzige Sache, die mich hier an diesem Deck tatsächlich noch ein bisschen stört, ist eigentlich, dass da die verschiedenen Waffen drin sind, weil ich weiß nicht. Klar, die Waffen sind cool zum Removen und alles mögliche, also hier gerade Jade Claw und man macht sich halt einen kleinen Minion damit, aber vom Prinzip her kostet sie halt drei Mana immer. Ihr müsst euch immer überlegen, wie die Mana Kosten hier sind, weil jetzt, er hat halt, er kostet zwei Mana plus Overload 1, die Jade Claws und das ist halt nicht so gut. Wir behalten sie trotzdem auf der Starthand, weil sie im Early Game relativ praktisch sind, besonders gegen einen Pirate Warrior, gegen den wir hier vielleicht spielen werden. Greetings, Friend. Doppel Evolution, also Evolution auf der Hand, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ja, wir spielen tatsächlich gegen einen Pirate Deck. Ah, 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 das ist nicht so cool, aber wir gucken mal. Ansonsten müssen wir auch mal irgendwie den Pirate Warrior auspacken, liebe Leute. Wir begeben uns auf die dunkle Seite der Macht. Da ist der Doppelgangster schon, das ist schon mal schön. Dann hätten wir den hier mal, äh, hallo. Hit bitte, dankeschön. Okay, wir müssen halt gucken, dass wir über die Todems gehen, liebe Leute. Wir gehen jetzt im nächsten Zug auf Todem, dann gehen wir wieder auf Todem und Todem, Todem, Todem. Ich hoffe, er kann jetzt nichts weiter rausspielen. Es wäre natürlich schlecht, er hat natürlich den Coin. Das heißt, er könnte jetzt theoretisch die, äh, für drei rauscoinen, was sehr, sehr ätzend wäre, weil dann seine Waffe nochmal gebufft würde und er einen 3-4er auf dem Board hat, was schon stabile Stats sind auf jeden Fall. Komm, kein Coin. Natürlich hatte die Kombo. Ach, come on. Also ist denn das schon wieder für einen Start? Okay, er ist, er ist sogar in Ordnung, der 3-3er. Habe ich mir schlimmere Sachen gerade ausgemacht. So, wir spielen das hier raus. Kriegen den Thorntodem. Das ist doch ganz interessant. Ihr müsstet beides mal reinhauen oder einfach mit dem 3-3er reinhauen. Aber vom Prinzip her lohnt es sich mehr, hier, äh, doppelte Hits zu machen und dann einfach face zu gehen mit dem 3-3er. Macht mehr Damage. Man will ja mehr Damage machen mit dem Ding. Holt sich noch eine Waffe nach. Wir haben ein bisschen Problematik, liebe Leute. Und zwar eine ganz schön dumme Problematik im Moment, wenn ich ehrlich bin. Whenever you cast a random spell. Spielen wir das doch mal raus. Er müsste jetzt Hit-Hit machen, um den zu töten. Er hätte dann noch ein 3-3er übrig und noch ein Hit mit seiner Waffe. Dann spielen wir Thing from Below raus, dann müsste er beide reinhitten. Okay, das ist uncool. Das ist sehr, sehr uncool. Hat er jetzt irgendwas noch zum Removen? Zwei Mana? Ich meine, er könnte jetzt hier, er macht, Okay, er holt sich Rüstung. Er tradet, oder? Er tradet tatsächlich. Ich denke aber, dass es ein Fehler ist. Ich meine, klar, er ist gerade ziemlich weit in Führung vom Power-Level. Das gebe ich auf jeden Fall mal zu... Oh, schön. Schön, schön, schön. Ich weiß, damit können wir im nächsten Zug nicht mehr Ding spielen. Aber dieses Risiko werde ich hier eingehen. Wir können damit jetzt im nächsten Zug leider nicht mehr Doppelgangs-Devolve spielen. Aber das Risiko müssen wir leider eingehen. Wir können dafür aber Hero Ability... Ach, come on. Das ist doch nicht dein Ernst. Hat er den doppelt auf der Hand? Uncool. Sehr, sehr uncool. Okay, er geht nochmal 3 Phase. Nochmal 3 Phase. Damit ist aber seine Waffe weg. Das ist sehr, sehr gut. Ach komm, er hat noch eine. Wow. Also der Pirate Warrior hat auf jeden Fall mal echt edel gezogen. Hey, Leute, Leute. Da kann man echt mal nichts dagegen sagen. Okay, wir gucken, was wir ziehen können. Wir machen auf jeden Fall mal... Wir kriegen ihn halt leider nicht weg. Wir kriegen ihn halt leider nicht weg. Und das Problem ist, dass wir halt jetzt sterben werden wahrscheinlich im nächsten Zug. Ja, deswegen ist der Pirate Warrior so verhasst, liebe Leute. Deswegen ist der Pirate Warrior so verhasst. Okay, er haut dafür 7 rein. Macht uns 8 Schaden. Phase. Wir können das Board eigentlich nicht removeln. Unsere einzige Chance... Ist hier eine gute Evolution rauszukriegen oder eine gute Devolution rauszukriegen. Aber die Chance auf eine gute Evolution ist tatsächlich höher als auf eine gute Devolution. Deswegen machen wir hier zack. Okay, wir machen nochmal zack. Und wir haben verloren. GG. Ah, uncool. Uncool, uncool, uncool. So kann es aber laufen, liebe Leute, wenn man gegen den Pirate Warrior spielt. Das Deck ist halt immer noch relativ stark, muss man ganz klar sagen. Der Pirate Warrior kann einen immer noch ganz schön nerven. Verstehe ich, wenn ihr euch von dem ziemlich angeätzt fühlt teilweise. Das mache ich immer noch auch. Das ist bei mir immer noch genau dasselbe. Wir spielen gegen einen Druiden. So. Vielleicht ein Aggro-Deck. Müssen wir vielleicht ein Auge drauf haben. Wir packen alles weg. Ich finde die Starthand sehr, sehr schwach. Das Dumme halt an diesem Deck ist, was mir jetzt gerade so... Also was mir halt auffällt, ist, dass es halt einfach nicht aktiv agieren kann. Weil man keine... Man hat keine Minions irgendwie auf dem Board oder sonst irgendwo. Man geht halt wirklich komplett auf die Totems. Und dadurch, dass man halt öfters gegen schnelle Decks spielt, wie zum Beispiel jetzt auch wieder gegen das hier... ...haben wir sehr, sehr große Probleme. Okay, er kann die direkt buffen. Ne, er kann sie nicht buffen. Oh mein Gott. Was zur Hölle ist das denn jetzt? Ach du Scheiße, hey. Ach du Scheiße. Leute, wenn ihr jetzt noch einen Buffer auf der Hand habt, dann sind wir wahrscheinlich jetzt schon ziemlich RIP. Komm schon. Tut mir den Gefallen und hab keinen Buffer auf der Hand. Ah, Gott sei Dank. Damit können wir wenigstens noch ein bisschen aufs Board gehen. Aber das ist halt... War ein sehr, sehr starker... ...ein sehr, sehr starker Start, muss ich sagen. Ein fast zu starker Start, um da noch gegen zu agieren. Mudstrom Portal ist sehr, sehr gut. Ähm... Mudstrom Portal. Hit. Okay. Noch ist das Spiel nicht vorbei, liebe Leute. Noch ist das Spiel nicht vorbei. Wir müssen jetzt nur gucken. Er geht face. Das heißt, er spielt Fletchling raus. Das hab ich mir fast schon gedacht, als er den raus spielt. Und das ist jetzt wieder der Moment, wo wir nichts dagegen machen können. Ah, wie ich das hasse. Taunt. Wie hoch ist die Chance, dass er einen Charger drin hat? Die Chance ist nicht hoch, dass er einen Charger hat, liebe Leute. Deswegen hab ich jetzt hier das Totem nochmal rausgespielt, dass wir im nächsten Zug nochmal Totem plus Thing from Below spielen können. Das ist der Plan, liebe Leute. Das ist der absolut gute Plan, hab ich gehört. Wir holen also Totem. Dann geht es auf drei. Spielen Thing from Below raus. Machen einen Turn. Okay. So weit, so gut. Wir schaffen es, dass er hier höchstwahrscheinlich... Er hat jetzt natürlich einen Savage Raw. Das wäre uncool. Aber das kann natürlich sehr, sehr gut passieren. Hat er aber nicht so, wie es aussieht. Er hittet mit beiden rein. Das ist sehr, sehr schön. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal das Ding abgehalten. Living Mana. Oh, fuck. Und wir haben kein Meldstrom Portal mehr. Far Sign. Okay. Wie machen wir das jetzt, liebe Leute? Vielleicht einen Taunt. Wenn wir Taunt ziehen, wäre das perfekt. Wir ziehen Taunt. Wir ziehen eine Extra-Karte. Das ist sogar gar nicht so schlecht. Wir machen so. Wir machen so. Das ist die Frage. Gehen wir auf... Wir gehen auf den hier. Wir gehen auf den hier. Ich weiß, es ist trotzdem problematisch, weil er zu viel Schaden macht. Aber wenn er halt den Buff gehabt hätte, wäre er da besser durchgekommen. Okay, er hittet hier jetzt voll rein. Muss er ja natürlich auch. Das ist jetzt natürlich unsere Chance, hier was machen zu können. Aber die Chance ist tatsächlich nicht sehr groß. Macht ihr Hit-Hit. Okay. And turn. I think from below is stark. My pretty totems. So, liebe Leute. Wir greifen dann hier jetzt noch an. Und machen dann ein wunderschönes Evolve. Weil er striggert nämlich sie. Wir kriegen noch ein 1-1-Totem zu. Und haben jetzt ein ordentliches Board eigentlich mal. Und können im nächsten Zug auf jeden Fall über Think from below gehen. Er kann uns eigentlich hier nicht runterklatschen. Er könnte... Savage Draw is okay. Es ist okay. Er geht full phase. Soll er ruhig mal machen. Wir können ihn hier relativ hard hitten über Bloodlust und Think from below. So. Meldstrom Portal. Nice. Nice, nice, nice. Das heißt also, wir zünden hier jetzt ein Meldstrom Portal. Kriegen den Murloc. Dann hauen wir... Und spielen noch den Wrath raus. Machen wir noch eine Hero Ability. Hauen das Think from below raus, dass wir safe kein Damage mehr kriegen. Und wenn er jetzt nochmal ein Living Mana rausspielt, ist es GG. Eigentlich dürfte es jetzt schon GG sein. Puh, das war ein krasses Spiel. Ziemlich intense. Die Sache ist halt einfach nur, wenn er halt hier jetzt irgendwie ein bisschen schneller oder halt, wenn er halt die Buffs auf der Hand gehabt hätte und wir nicht so gut hätten blocken können, wären wir da wahrscheinlich unten durch gewesen, liebe Leute. Dann hätten wir wahrscheinlich schon verloren. Die Problematik an dem Dex tatsächlich irgendwie, dass wir unser Spiel noch nicht richtig ausspielen können, habe ich so das Gefühl. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass wir einfach zu arg uns auf die Totems fixieren. Was wäre so eine gute Sache, die wir hier auf jeden Fall reinmachen könnten, wäre wahrscheinlich... Nochmal AOE Removal. Wir haben einen Frog drin, weil ich denke, der Frog ist auf jeden Fall gut. Wir packen den noch mit rein. Und noch ein Volcano. Einfach, dass wir wirklich gutes Removal drin haben. Dass wir hundertprozentig in Richtung unseres Spielplans reingehen. Ich denke, das ist wirklich die richtige Lösung. Weil stellt euch mal vor, er macht jetzt so ein großes Board wieder, zum Beispiel wie der Pirate Warrior. Da wäre ein Volcano oder so ein Lightning Storm, wären da ideal gewesen in der Situation. Aber sowas haben wir natürlich nicht gezogen. Wir spielen jetzt gegen den Mage. Das ist ein schwieriges Matchup, wenn es ein Tempo Mage ist. Einfach, weil er sich Sachen von uns kopieren kann und solchen Shit. Und die Hand sieht aber nicht so gut aus tatsächlich. Wir wollen... Die zwei auf jeden Fall erstmal weg haben. Wir haben Gott sei Dank den Coin. Das heißt, wir gehen auf Coin auf 5. Meldstone Portal ist gut und Evolution ist gut. Das heißt, wir könnten auch Coin auf Turn 1 gehen. Es kommt darauf an, wie er spielt. Wenn er jetzt so hier ein Babbling Book oder so rausspielt, ist es okay. Das ist ja so dieser Babbling Book, Schrägstrich Mana Wim, ist ja dieser Standardstart eigentlich von jedem Magier inzwischen geworden. Was natürlich klar ist, es ist eine mega starke Karte jeweils. Hier spielt natürlich das Ding raus. Wir machen... Wir grüßen ihn, machen einen Turn. Wir können hier nichts machen. Deswegen lassen wir... Gucken wir mal, in welche Richtung er geht. Er wird jetzt wahrscheinlich den 2-Drop spielen. Hier diesen 2-3er, der sich ein Secret raussucht... Der ihr ein Secret raussucht oder ihm. Und dann müssen wir halt agieren. Dann geht es nochmal los mit... Äh... And Turn. Taunt ist hier sogar gar nicht schlecht. Er müsste hier einmal hitten, einmal pingen. Das ist in Ordnung. Äh... Er hat wohl kein Follow-Up, so wie es aussieht bis jetzt. Ah, Volcanic... Oh, Volcanic Potion für das? Really? Wow. Wow, 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 wow. Das ist, ähm... Das hättest du dir gut überlegen müssen, mein Freund. Das hättest du dir wirklich gut überlegen müssen, eigentlich, was du da gerade gemacht hast. So, jetzt muss ich mal wahrscheinlich gleich niesen, deswegen bin ich schon hier an meinem Mute... An meinem Mute-Button gewesen. Alter Schalter, naja, hab ich kurz mal hier niesen müssen. So, wir spielen auf Turn 4 den Witch-Doktor raus. Ich muss sagen, gerade jetzt gegen den Mage finde ich es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, dass mein Deck so langsam ist und kein wirkliches Early-Game hat. Aber halt auch nur, weil er kein Follow-Up hatte hier jetzt gerade. Es ist schade, dass er einen Frostbolt hat, ansonsten hätten wir hier sehr, sehr gut über den Doppelgangster Coin Evolve spielen können. Das geht jetzt leider nicht, aber das ist okay. Dafür haben wir einen 1-1er hier noch auf dem Board. Einen 1-Mana-Dude auf dem Board, der eigentlich ganz gut hier reinpasst. Jetzt spielen wir hier, zack, spielen hier raus, Coin, Evolution und haben... Law Walker Joe. Wow, ich bin ganz zufrieden mit der Ausbeute. Bin ganz zufrieden, es sind zwar nicht die Besten, aber es ist okay. Fucking Law Walker Joe. Er ist halt echt gar nicht so schlecht jetzt gegen den Mage, weil sobald der Mage jetzt was rausspielt, kriege ich eine Kopie davon auf meine Hand. Das heißt, selbst wenn er jetzt nur einen Feuerball verbratzt, um den Dude wegzumachen, kriege ich trotzdem eine Kopie davon. Und das ist wirklich, wirklich gut. Gehen im nächsten Zug auf 6 Mana, das heißt, wir können Flametanktodem irgendwo dazwischen spielen. Thing from Below noch dazu raus. Und sind dann eigentlich relativ cool erst mal, muss ich sagen. Okay, was kommt? Primordial Glyph. Dankeschön. Primordial Glyphs sind sehr, sehr gute Karten hier, wenn wir die rausspielen. Wenn wir irgendwie Law Walker Joe töten können, wäre das natürlich ideal. Die Chancen sind zwar sehr gering, aber ich meine, wir müssen das auf jeden Fall irgendwie versuchen. Ich muss mal ganz kurz, jetzt hat es tatsächlich mich so weiter wieder erwischt, dass ich mir die Nase putzen muss durch das blöde Niesen. Ich bin sofort wieder da, liebe Leute. Sofort wieder da. Ich muss wirklich sagen, ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass ich hier die ganzen Ding von ihm wiederkriege. Wir spielen also hier das hier mal raus. Äh, spielen das Thing from Below auf die... Hierhin. Face mit Law Walker Joe. Und wir könnten eine Totemic Might dazwischen spielen, falls er ein Ding hätte. Ne, wir spielen keine Totemic Might dazwischen. Es ist egal, dann geht es halt drauf, das Todem. Das ist nicht so schlimm. Er kann den Mode Law Walker töten, das ist okay. Flames... oh no. Aber wir kriegen einen Flamestrike dafür, das ist okay. Gut, damit hätte ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt rechnen müssen, aber das ist in Ordnung. Wir spielen also das hier mal raus. Spielen eine Primordial raus. Ah, meine Pretty. Holen uns eine Primalfusion. Meine Primalfusion ist stark. Dann spielen wir... Ah, ich würde ihn halt gerne... Er geht halt wieder hoch. Wie viel Damage können wir da machen? Ah, wir haben ein Todem. Das lohnt sich. Wir hätten zwei Todems dann. Wir hätten drei Todems theoretisch. Das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus mit einem 6-7er hier, Reddy. Aber wir hätten sie wahrscheinlich anders setzen müssen. Ah, nee, wir hätten sie gar nicht anders setzen können. Sie waren ja zu zweit auf dem Board. Erst ein bisschen unlucky vom Placement her jetzt, aber das ist okay. Okay, ein Polimorph, okay. Ein Volcano hätte sie auch... Ach, Quatsch, ein Volcano hier. Ein Meteor hätte sie wahrscheinlich beide getötet, aber das ist okay gelaufen. Jetzt sogar... Primalfusion haben wir hier wieder. Ich habe noch kein einziges Mal mein komisches Primalfintodem gezogen. Das finde ich irgendwie ein bisschen deprimierend. Nochmal so. Hero Ability. Kriegen dann noch das Spell Damage Todem. Wir hätten hier rein mit dem Schaf. Er darf eine Karte ziehen, das ist okay. Wir spielen hier so drauf. Haben jetzt hier einen 5-9er. Und können jetzt ordentlich face gehen. So ein 5-9er ist halt tatsächlich jetzt nicht schlecht, weil wenn er jetzt halt wirklich ein Meteor da drauf spielt, dann geht zwar ein bisschen was drauf, aber unser Taunt bleibt auf jeden Fall bestehen und vor allen Dingen auch noch unser Damage Todem bleibt bestehen. Mano-Mana-Wirmen, okay. Firelands Portal, wow. Okay, das ist, äh, das ist, äh, krass. Da ein Firelands Portal draus spielen ist krass. Master of the Evolution. Das ist eine ganz gute Karte hier jetzt. Wenn wir das hier rausspielen, kriegen wir drei Stück. Müssen wir aber traden. Wir machen hier mal zwei Schaden. Ah, ne, wir machen einfach hier. Wir ripen ihm alles weg. Gehen doppelt face and turn. Im nächsten Zug haben wir theoretisch liefer. Ansonsten spielen wir nochmal Doppelgangster Master of Evolution raus und können damit dann ein bisschen was machen. Wenn wir noch einen Evolve ziehen, wäre das natürlich perfekt. Die Chancen stehen aber nicht so hoch, deswegen warten wir da lieber mal ab. Bitte lasst ihn jetzt kein AOE-Removal haben, das uns hier wirklich komplett zerlegt. Das wäre uncool. Da spielt er sein Secret raus. Con of Cold, weil wir das Doppel-Secret, okay. Doppel-Secret ist in Ordnung. Wir gucken mal, ob es triggert. Ice Barrier, okay, Ice Barrier ist okay. Ice Barrier und Vaporize, okay. Ja, das ist in Ordnung, weil dann können wir nämlich den hier chillig raus spielen. Zack. Seeing Triple. Und dann, was bist du jetzt nochmal? Whenever das... Okay. Face and turn. So. Ich muss wirklich sagen, das Deck überrascht mich gerade ein wenig, wie es gegen den Mage hier, wie wir halt gegen den Mage, der wahrscheinlich ein bisschen controlliger aufgebaut ist, wirklich so krass die Kontrolle halten können. Ich meine, er spielt auf jeden Fall die Variante vom Ding, das halt einfach vom Prinzip her einfach ein bisschen controlliger war. Das hat man halt eigentlich gesehen an den verschiedenen Spells und alles Mögliche. Könnte natürlich auch ein schlecht gezogenes Ding-Deck gewesen sein, Secret Mage-Deck. Aber es ist okay gewesen, muss ich sagen. Und dadurch, dass wir hier mit dem Schamanen so hart out-controlled haben, war das schon ganz gut. Die einzige Problematik, die ich hier sehe, ist tatsächlich, dass der Schamani hier gegen Agro-Decks sehr, sehr schwer Chancen hat. Deswegen habe ich dann nochmal das Removal reingesetzt, weil das Removal relativ stark sein könnte. So, liebe Freunde, ich bedanke mich jetzt mal hier recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir das gerne durch einen Daumen oder irgendwas anderes zeigen, wie ein Kommentar oder ein Abo oder sowas. Ehrlich gesagt, haut rein, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal dann. Türelüe.